Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's mal wieder, Henry. Und zwar heute brechen wir aus von Super keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt. Von Scary Oma. Okay, krass. Erst mal reinkommen. Muss ein Hammer, aber hä, nein, ich kauf nicht. Muss ich's kaufen? Ja, okay. Hallo? Okay. Wir gehen. Und ich bin Neuling. Aha. Kann ich davon irgendwas nehmen? Oder was ist das Salz? Ach so, ich tu jetzt das Salz. Schnell. Und jetzt da? Warten oder ich ist verliebt, muss ich da achten. Da ist ein Stern. Genau so hat die gemacht. Oh man, sehr wum. Wenn ihr mehr davon wollt, dann lasst ein Abo da und ein Like. Und let's go. Also sozusagen, wir müssen immer irgendwelche Gegenstände nehmen und das irgendwie irgendwo hin tun. Equip. Äh. Dass sie tanzt, das ist am besten. Am coolsten. Ja. Jetzt tanzt die. Die kann ja mal gar nicht tanzen. Solange die tanzt, muss ich irgendwas machen. Hey, hallo. Solange die tanzt. Da ist sie. Eine volle. Aha. Oder nee, ist die volle für mich? Kann ich auch... Ach so. Die Fall ist für mich. Falls ich rein gehe, ist der Gegenstand wieder hier. Das ist wohl nicht. Salz. Was kann ich mit Salz? Solange die draußen ist, kann ich hier... Was ist denn? Nein! Hab ich es jetzt gekauft. Macht die da gerade Liegestützen? Wo ist das denn? Nein. Nein, jetzt kommt die... Bitte geh weg. Sie müsste in der Küche sein. Was muss ich tun? Oh! Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, das war knapp. Hier ist eine volle, okay. Entstehen, cool. Hier, okay. Das Gym. Eine Dose. Lecker. Oh, kacke. Kommt die hoch? Kommt hoch, oder? Ja, die ist oben. Komm ich hier raus. Ich hole mich mal einen Tipp. Ich kann kein Englisch. Was soll das? TV? Roam? Ach so, ich muss in irgendeinen Raum. TV, ne? Wo ist sie? Kann man einen Schein bekommen? Ich muss in irgendeinen Raum, habe ich verstanden. Ja, sie geht ins Gym. Hä? Verfolgt die mich? Die macht mich nach. Scheiße. Sie geht runter. Sie geht runter. Sie geht runter. Nein, 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 nein. Geh wieder dahin, wo du warst. Okay, sie bleibt oben. Oder? Wo ist der TV-Raum? Studie? Studi? Jetzt geht sie gut. Ja, der TV-Raum. Hallo? Wann kann ich nichts zu machen? Jetzt? So. Was gehst du runter? Was kann ich damit? Ich habe Angst. Ey, wette, die kommt jetzt. Kann ich nicht ins Schrank? Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Hä, was muss ich tun? Ich verstehe hier gar nichts. TV-Raum ist, du warst. Gibt es nicht Deutsch? Ach komm, ich weiß es einfach nicht. Was passiert, wenn ich mich von die Oma schnappen lasse? Beim nächsten Mal, Leute, bin ich besser. Ich gehe so richtig risky. Da leuchtet was blau. Der Kuchen. Muss ich sie den Kuchen geben, oder was? Ja, ein Schlüssel. Die ist jetzt da. Was kommt die zu mir? Achso, nee, die ist nicht bei mir. Du, die hat Aggressionsprobleme. Jetzt müsste die da sein. Wo ist die? Achso, schade. Hä? Nicht dein Ernst. Ich habe aus Versehen und Restart gemacht. Also, dass ich von vorne... Egal, Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Und? Untertitelung des ZDF, 2020